Ja. Hallo. Hallo. Was hast du? Eine Rose? Ja. Nein, du Schwuchtel. Ich hab mal ein Röschen an der Antenne. Oh. Solange du kein Möschen an der Antenne hast. Bitte was? Ein Möschen an der Antenne. Das kannst du doch nicht während der Aufnahme sagen. Penis. Bitte was? Ey, du musst folgen. Tu die Nette nach. Stell mir echt vor, du hast so ein riesen Dildo als Antenne. Wird bestimmt noch irgendwann kommen. So ein hier. Wie bei GTA. So ein Saints Row DLC bestimmt. Ja oder sowas. Da kannst du ein riesen Dildo an der Antenne als Antenne. Ja. Wunderbar, wenn du da in der DLC drin. Und sowas. Und dann eine Dildo-Antenne. Aber der kommt jetzt. Alter. Wir sind hier voll am Tanzen. Alle schreiften. Scheiße. Ah. Was war das? Was war das? Süßes. Also ein süßer kleiner Hüpfer. Der schreibt. Der guckt dir das an. Ja. Der wird natürlich auch vier schreiben. Das ist doch gut. Das ist doch gut, dass er so viel schreibt. So ist er abgelenkt. Ich frag mich, warum er so viel schreiben kann. Es gibt doch eine Sperre. Nach so drei Nachrichten. Ja. Aber die hält nicht lange. Ne. Drei Sekunden. Ja. Da siehst du. Da kann er ja nicht dauerhaft drücken. Ich hab immer Sperre drin. Oh. Entschuldigung. Könnte es sein, dass es da zwischen der PC-Dingse und den Konsolen-Heinis Unterschiede gibt? Keine Ahnung. Ne, klar. Ne, ne. Alter, wer macht das denn mal mit diesem Win-Win-Win-Win-Win? Der mit der Regenbogenspur. Einsteigender. Hier gibt immer einer... Dieses... Ne, ding, 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 ding. Hier gibt einer immer Gas. Ach so. Ja, ich glaub, das ist tatsächlich ein Bug. Ne, nicht ein Bug, sondern mehr ein Trick. Saugball. Ne, ne, ein Trick. Ja, ja, ein Trick. Wenn man, äh... So hält das, äh... Der, äh... Das Turbo-Nitro-Nitro länger, genau. Boah! Alter! Den hab ich noch getroffen? Oh ja. Alter, was denn da passiert? Alter! So hab ich den noch getroffen? Krass. Hehehehe. Was ist denn da, woher entfliegt? Oh, oh! 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 Ich kenn mich doch. Turbo-Jesse ist an mir vorbei geflogen. Oh, oh! Danke, Turbo! Ja, beziehungsweise halt, wenn du, wenn du wenig Nitro hast, kannst du dann mit diesem Schubweißen halt... Ach! ...halt besser aushalten. Jetzt geht's Richtung Tor! Na, noch nicht... Gut ge... Ah, fuck! Falscher Winkel. Alter! Das war Turbo-Jesse. Oh! 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 Ach, Fett Sack! Oh! Oh! Ich bin es langsam leid! Da hab ich links irgendwo... Oder halt zweimal die gleiche Dingse drücken muss, damit er die schneller nacheinander... Ne, ohne ein Schubweißen kann. Aber ich hab das noch nie gehört, dass einer das so oft gemacht hat, dieses Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. Okay. Ist auch... Ist auch... Hab ich auch schon mehrmals aufgenommen. Alter! Ich hab jetzt... Ah! Stefan! Das war jetzt... Ein... Tiefersagen. Jawoll! Alter! Ich hab's mal mit... Fliegen versucht! Alter! Geil! Ich hab's geschafft! Ich hab das mit diesen Turbofliegen... ...geschafft! Das freut mich jetzt! Oh, das freut mich! Oh, oh! Das freut mich so sehr! Na, na... Na, Parade bekommen! Alter! Ja! Und ein Zerstörer! Ja! Ja! Ein bisschen Christo muss sein! Ein bisschen Christo muss sein! Dann kommt der To von ganz allein! Sehr gut! Wir bomben Tag... Tag aus und Tag ein! Schei! Halt ein aufs andere Mal! Ein bisschen Christo muss sein! Boah! Sehr gut, Schick jetzt. Scheiße! Sorry, Hähnchen! Kein Problem, ich hatte so kein Tor hoch. Nee, du hättest ihn aber besser hingekriegt. Oh, Alter! Pfff! Plum, plum! Dammit mit seinen Ohm, mein Gott! Ja, Alter, dann nimm doch gleich mal der andere Lobby. Der ist nicht der Bastard. Im Rückwärtsgang? Ach, ernsthaft! Alter, die... Die machen das alle drei, ey, das ist so doof! Wow, unzerstellt worden! Ach, schade! Ich kam nämlich von hinten und wollte ihn gerade reinlimmeln, ne? Limmelimmelimm! Ich kann eine Rose anbieten, falls du willst. Naja... Eine Rose der Liebe! Zaubererei! Ich hab'n Zaubererei! Firm'n Rana! Alter! Oh! Nein! Ja! Einen Tor! Einen Glück! Da hast du gerade übersteuert gehört, Stefan! Nö, bei mir nicht! Nein, alter Schwede! Bei mir war er leise, wie er ja immer ist! Okay! Hä, wie hab' ich den denn da gekriegt?! Hä?! Keine Ahnung! Ähm, du warst als letztes dran und... Nein! War ich nicht! Und... Und... Zorgelst du oben auf den Punkt! Nein, nein, war ich nicht! Ich war nicht als letztes dran! Doch! Nein! Und... Und warst du als letztes dran! Ne, war ich aber nicht! Alter Maulfettzackbockifett, ey! Ey, ich hab' Aufnahme gemacht, ey! Guckst du auf mein Channel! Was? Wenn ihr die Lösung wissen wollt, kommt euch mein... Na, alter! Noch nicht, noch nicht! Boah! Alle! Das gibt's doch nicht! Wir haben alle drei gefailt! Oh mein Gott, oh mein Gott, guter Schuss, ja! Na komm mal, da siehst du, jetzt ist wieder Pause! Alter! Dann macht er wieder weiter und... Da siehst du, und schon bin ich abgelenkt und hab' den Ball nicht gekriegt! Puck! Platt gesessener Ball! Du weißt schon, dass es nicht vorprogrammiert ist, dass du den Puck kriegst, ne? Nein! Aber bei einer Abwehr meine ich! So meine ich das nicht! Der Puck ist jetzt von mir hinflogen! Direkt er wieder ins Tor ab, ey! Boah! Das war mal sauber! Bringt uns aber überhaupt gar nichts! Boah! Boah! Schade! Ich hab' das, ne, 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 ich noch höher war! Schade! Also, was machen wir jetzt? Hauptmengen? Ne, Schädel, als Antenne habe ich jetzt! Ich bin jetzt zurück! So'n Pöppelberger brauch ich nicht, ey! Mach's doch mal weiter, mach' ich fertig! Wir müssen jetzt mal ein bisschen drauf machen! Der, der passt zu dem Hot Rod! Hm, was passt denn denn zu Neurose? Penis! Alter, ganz ehrlich! Ja, Schädel hat rote Augen! Haha! Du scheiß Schmachtel, komm hier! Was denn? Haha! Ich seh! Niemand passt nicht! Niemand passt nicht! Den Hot Dings ins... Na, nein... Okay! So, was ist das? Ich bin sicher mit den Latierungsweilerten H3 recht sparsam! Bei... Bei einigen Autos hab ich bloß zwei Latierungen bisher freigeschaltet! Elftes! Kommt alles noch! Oh! Hey, nein! Äh! Weiterspielen wollt! Äh, das sieht doch gut aus, Bucky! Tag! Pah! Aber das Blau gefällt mir irgendwie nicht! Ach, du Limmel bei mir echt, ey! Warte! Warte! So! Jetzt wieder noch bei den Felgen! Jetzt noch einmal ganz... kurz... Äh... Ja, was nehmen wir da? Wir sind da! Ja! Rott schneiden wir ja, Quadrat! Rott umleuchten! Nene! Doch doch! Nee, das willst du! Wir kenn dich doch! Kist ja! Dein Christian fährt ja jetzt nochmal Hot Rod! Sind denn fertig? Ähm, ja! Warte doch jetzt! Mach einfach weiter! Ne Erkehrung hast du noch nicht, oder? Doch, hab ich! oder seh ich die bloß nicht wegen dem Dings ich hab auch die Federn die Federn wie du? Flügel musst du Augen aufmachen Stefan ach ja ich wollte ja auch ein anderes Auto aber egal bei mir ist dieser Text vom Hauptmenü ach so du kannst das drehen das weißt du ne wenn du linke Maustaste gedrückt hält das wusste ich bisher nicht lol lol Alter das Radio da drauf ey sieht aus als wenn ich ein ganz normales Auto hätte boombock Alter vorhin hatte ich Glück ey ich hatte bisschen dünndoodie und dann hab ich so gedacht hab ich geschlafen und nach dem schlafen hab ich gepupst ey hab ganz vergessen dass ich dünndoodie hatte alter hatte ich ein glück dass da nichts kam und was während der Aufnahme Achtung Alter Alter doch weh oh puh äh wolle du Rose kaufen? oh alter was? na ey sag mal das war wieder ein Fehler von mir oh nein was? oh menno na shit kurz an der Wand rückwärtsgang einlegen oh nein Entschuldigung Stefan ja untersteuern untersteuern ne super parade alter 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 sehr gut wer war das? wer war das? du Lischchen? zack zack und zack du Lischchen? ja ich denk immer der fliegt durch und geht nicht an den Pfosten das dieses mal halte ich auf den Pfosten drauf der geht nicht ran ne aber halt ähm halt ganz draußen ist er auch noch nicht ne ne ähm ja was machen die da? ähm 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 ich hab dich angeschossen Boggi alter wie geil ne ne hab ich Stefan angeschossen irgendwas hab ich angeschossen ähm ähm ich wurde grad mehr von anderen möglichen Leuten getroffen sauber Boggi nein einer Wand zu treffen ist immer so schwer find ich ach schade doch der kommt Stefan uah sehr gut Stefan äh äh nicht mehr gescheit erwischt knüppel in den Mittelpunkt, ich steh da sehr gut haha team absolutes Teamplay mit ansage ja in beiden Fällen glaub ich grad ne äh bei den tollen von uns sauber richtig schön mitgenommen 100 kmh reingemacht na dann den hofer hat sich angemacht den hofer sehen die nicht mehr? hier steht einer und spielt nicht mit boah das ist PsyNet alter äh sagt fragt er echt was PsyNet ist? äh ähm in der nächsten Pause können wir dann ja schreiben halt ne 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 koreanische Welt ja 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 das war jetzt ein bisschen blöd potzell bei dem Team geschrieben das lesen nur wir also weh geile Runde Tee auch Tee das ist bei mir genau ja mal 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 gucken weil das war jetzt ein bisschen taktisch sehr blöd aber naja hey das ist wieder der Imp ja sauberstecker ja gegen zwei ähm hier Dings äh gegen zwei korean Bands ja aber die wechseln gerade eh durch ja jetzt sind wieder zwei äh Playstation nein ja zwei aus der koreanischen Band eh zwei Gangnam Style ja nicht Stefan ja ja ey ist doch wahr rein Alter was wow Woppa Gangnam Style hey it's like a lady oh Alter ich hab den fast rausgehoben oh boah ich bin wie mein nigger aber nicht kurz her haha haha Woppa Gangnam Style schmeiß die Fuffis in den Klob und zack oh was bitte was haha äh äh das kennst du nicht mehr machst du ja jetzt eine auf MC ich bin Freestyler hier oder so haha ne auf Silo damals ja doch natürlich kenn ich den Maskenzeit wuhuu kennst du das nicht ach ähm kriegst du zum Beispiel ja Alter was kennt er denn ja was was hab ich den noch gekriegt ne Distanztor geil pfff ich hätte ihn auch äh ich hätte ihn aber auch noch reingekriegt ja ich auch ach er hat ihn gut verlängert ja warst du was ich wär aber auch da gewesen haha beide sind perfekt reingekommen ja will jemand Geld haben warte ich scheiß das immer kurz aus ich hab kein Geld gerade im Tank und schon rammt er mich ich brauch Geld im Tank ja ne nein ist zu kurzer oh verfehlt der war sehr gut voll den Bock hier angepinkelte nein oh nein tschüss ja ich verhalte Richtung und nicht irgendein Gegenruf da ist halt da kommen unser Halt halt zwangsleubig mal in die Quere ja das ist halt so ich will auch noch ein Tor machen das wäre jetzt die perfekte Vorlage dafür wenn ich so weitermache ich will an der Wand halten in der Luft Nein Oh Happy Penis Oh Happy Excuse me wieder nichts bekommen ja aber die Runde war gut so dann bis zur nächsten Folge so der eine geht wieder aus